ja moin leute willkommen auf meinem kanal barcrafts.com ich weiß ihr erwartet jetzt natürlich sofort die tagebücher oder das neueste tagebuch was ich vorlese vorher möchte ich euch noch kurz auf was hinweisen ich habe ja angefangen immer mal live zu streamen also live zu senden und bisschen was über uniformen panzer und orden und sowas zu erzählen und was aus dem chat so rausgekommen ist aus den kommentaren also so ein bisschen informationen neben den videos und auf diesem wege wollte ich euch gerne einladen dass am freitag und jetzt das ist der elfte um 20 uhr 15 könnt ihr diesen live stream mit verfolgen würde mich freuen wir da mal rein guckt also für die die das noch nicht gemacht haben zeige ich euch gleich noch mal wie ihr dahin kommt einfach um viertel nach acht oder vielleicht auch ein bisschen früher mit einschalten dann ja seht ihr mich im live stream und dann können wir so ein bisschen interagieren und ihr schreibt dann was in den chat und ich versuche dann zu antworten und ich zeige euch neue sachen und naja so kann man sich das vorstellen also für die mit live stream noch nichts am hut hatten guckt euch das mal an und jetzt kommt als kleines dankeschön habe ich auch ein kleines gewinnspiel vorbereitet das heißt man kann auch tatsächlich was gewinnen das soll jetzt keine logmittel sein dass ihr alle reinkommt und zugucken sondern möchte auch mal was wieder geben in diesem sinne würde ich mich freuen wenn ihr schafft also am freitag den elften 20 15 im live stream und jetzt geht zum tagebuch tagebuch ostfront heeresgruppe süd oktober 1942 der zug rumpelt durch die nacht es geht nicht schnell voran denn immer wieder werden andere züge auf unser gleis gelegt die bringen nachschub an die front damit es auch dort weitergeht das land ist so groß man kann es nicht glauben wenn man es nicht selber gesehen hat ich komme weiter bis in die nähe von tscharkow hier ist die bahnstrecke unterbrochen es wird erzählt dass hier schon partisanen die brücke über den fluss gesprengt haben sollen das hat mir noch gefehlt so komme ich nie nach mosdok in der ortskommandatur melde ich mich an und der frage da auch gleich wie ich weiterkommen soll ich habe ja noch ordentlich weg vor mir aber ich lasse mir erstmal alles bestätigen damit es nachher nicht heißt ich hätte getrödelt als ich dann etwas niedergeschlagen vor dem haus sitze und überlege wie es weitergehen soll hält ein horch direkt vor meiner nase ein oberfeldwebel der luftwaffe steigt aus und er hat den rechten arm in einer schlinge ich stehe auf und grüße zackig der oberfeld grüßt mit der linken zurück geht ja auch nicht anders ich setze mich wieder und warte ab ob ich mir hier noch eine mitfahrgelegenheit besorgen kann nach 15 minuten kommt der oberfeldwebel wieder heraus und schaut mich an ich weiß nicht recht was er will aber dann kommt mir das lächeln doch bekannt vor dass der schulfreund von meinem ehemaligen kommandanten hansen klar oberfeldwebel flotzek seine meh 109er haben uns damals in scharkow aus der dicksten suppe herausgehauen der scheint ja nicht genug zu bekommen in dieser ecke wir geben uns die hand und er nimmt mich mit zu einer unterkunft in der wohl die luftwaffen soldaten ein und ausgehen wir bekommen einen heißen kaffee und dann muss ich es erzählen alles erzählen was damals auf höhe 301 passiert ist es fällt mir nicht leicht aber ich berichte genau wie es mir ergangen ist und auch das was mir meine kameraden erzählt haben nachdenklich schaut der oberfeldwebel flotzek ins leere dann murmelt er übergelaufen glaube ich nicht dran entweder kriegsgefangener oder erst gefallen aber zum ruski niemals wir sprechen noch viel über hansen und was in den letzten monaten an der front so passiert ist meine verwundung die hochzeit und mein versuch nach hause zu kommen er legt keine förmlichkeiten an den tag und nennt mich rudolf aber ich kann einen oberfeldwebel nicht einfach mit du ansprechen und so im schiff ich diese klippe geschickt aber natürlich merkt er es sagt aber nichts dazu nach 30 minuten fragt er mich wohin ich eigentlich muss nach mostoc soll es gehen aber hier vor sharkhof geht es momentan mit der bahn nicht weiter auch das kriegen wir hin meint er und wir klettern zusammen in den horch er braucht etwas länger mit seinem lahmen flügel ich frage nach der verwundung und er lacht lautlos hingefallen bin ich voll wie eine haubitze nach einem richtig schönen Abend mit dem fronttheater dolle truppe nur nicht ausplaudern die denken alle ich wäre tatsächlich verwundet flasche port für den stabsarzt und ich habe meine ruhe so wird es gemacht nach einer stunde sind wir auf einem feldflugplatz der voller transportmaschinen steht ein paar jagdmaschinen stehen da auch aber die scheinen nicht zu starten ich soll warten er wäre gleich zurück es dauert nicht lange und er ist wieder da in zwei stunden fliegen die ju 52 in die nähe von mostoc ich könnte mit fliegen hat er eben mit der besatzung gesprochen er ruft mir mit einem lachen zu dass ich das ja eh mal vor hatte und nun geht es los da an einem jäger kein platz für zwei leute ist muss ich wohl den fliegenden bus nehmen scherzt er noch ich bin baff das ist doch mal was hoffentlich fallen die nicht vom himmel wenn ich da drin sitze Hansen schulfreund verabschiedet sich und meint noch wenn ich mal wieder in der nähe seiner staffel wäre sollte ich ruhig mal auf einen schluck flieger wasser vorbeischauen artig bedanke ich mich nochmals und dann stehe ich vor der stabsbaracke des transportgeschwaders die tür schwingt auf und ein gut gelaunter obergefreiter mit starkem berliner akzent kommt freudig auf mich zu dit bist du wa dit panzeras vom terek fliegst mit mit den worten geht es zur maschine und wir steigen ein abflug in 20 minuten werden auch mal die büsche muss jetzt wäre ein guter zeitpunkt gibt er mir zu verstehen etwas später habe ich es mir zwischen postsäcken verpflegung und medikamenten gemütlich gemacht wo der mein fallschirm wäre frage ich den berliner der tvögelchen stürzt nicht ab kannst geloben wa fertig war das also ich brauche dann wohl auch kein fallschirm die restliche besatzung steigt ein und die motoren laufen warm ich bin doch etwas aufgeregt aber auch neugierig wie das fliegen so ist unheimlich laut wird es mit einer verständigung sieht es sehr schlecht aus wir starten wir fegen die landebahn entlang und ich merke wie sich das heck langsam anhebt dann hört das rumpeln auf und wir steigen in den himmel tolles Gefühl hier drin zu sein wir drehen einige platzrunden bis alle maschinen in der luft sind zuletzt noch zwei Jagdmaschinen und dann geht es Richtung Terek ich schaue aus dem fenster und kann viele details am Boden erkennen sogar wo die heftigen kämpfe waren lässt sich hier leicht an den kratern und trümmern erahnen ich hoffe nur dass keine russen flieger oder flack uns in die suppe spucken ich bin dann wohl irgendwann eingedöst und werde durch das schaukeln der maschine geweckt das ist doch sicherlich nicht normal und ich versuche aus dem flugzeug zu schauen schwierig denn ich werde hin und her geworfen nun erkenne ich auch das problem vier russen ja greifen uns an zwei nehmen sich die meh 109 er vor und zwei greifen uns an die fünf Jus gehen in den tiefflug über und locken so die Jäger in den feuerbereich der erdruppen kurven müssen wir trotzdem denn die kleinen Mistdinger kleben an uns wie verrückt die erdflagge hat scheinbar aufgepasst und ich kann auch gerade so einen russen Jäger auf dem Boden aufschlagen sehen. Immer mal wieder sehe ich unseren Jagdschutz der sich mit den anderen Russen eine wilde Kurbelei liefert. Nach kurzer Zeit steigen wir wieder der Berliner kommt zu mir und schreibt mir ans Ohr alle vier welche mach das können die Brüder eben. Nach einiger Zeit landen wir und ich bin doch heilfroh wieder festen Boden unter den Füßen zu haben. Ich verabschiede mich von den Fliegern und spreche eine Einladung aus dass die mal vorbeischauen sollen bei unserem Regiment. Sicher kann ich da auch was organisieren. Es ist schon Abend geworden und ich komme hier erstmal nicht weiter. Ich werde in eine Unterkunft zu ein paar Panzerspehern geschickt und dort natürlich herzlich aufgenommen. Ein paar Leckerbissen aus meinem Rucksack werfe ich mit auf den Tisch und es wird ein lustiger Abend mit den Kameraden. Die Panzerspeher machen ihre 6 Rad und 8 Rad Spähwagen fertig und wollen wissen ob ich ein Stück mit möchte. Es geht zwar nicht bis nach Mostok aber in die Nähe würden sie schon fahren. Natürlich bin ich dabei. Los gehts und wir fahren zügig über die Rollbahn. Die Wagen sind schnell unterwegs aber bei mir wäre das etwas zu wenig Stahl zwischen mir und den Russen. Eine Stunde später sind wir an einer großen Feldartillerie Stellung angekommen und ich verabschiede mich von den Kameraden. Von hier komme ich sicher weiter. Es dauert auch nicht lange und ich schnappe mir einen Lkw der tatsächlich Richtung Mostok fährt. Ich muss hinten mitfahren denn im Führerhaus sitzen schon drei Mann. Wir holpern über schlammige Wege und ich werde ordentlich durchgerüttelt. Ich schnappe mir noch was Essbares aus dem Rucksack und schaue mir Bilder von Gudrun an. Meine Frau Gudrun, wie das klingt. Meine Ehefrau. Als wir in Mostok ankommen suche ich nach meiner Einheit und frage mich durch. Hier sieht alles recht hektisch aus, alles läuft durcheinander und verstaut Sachen oder es werden Fahrzeuge beladen. Ich halte einen Unteroffizian und frage was hier los wäre. Der Ivan ist durchgebrochen und drückt gegen unsere Linien. Die Stäbe und Trosse verlegen zurück und die Front wird begradigt. Alles südlich des Tereks soll wieder zurück und abwarten was die Roten wirklich machen. Schöner Mist meint er noch, das hört sich alles nicht gut an. Beim Spieß melde ich mich zurück und gebe meine Papiere ab. Glückwünsche werden ausgesprochen und Schmidt gießt fix mal einen Schnaps für uns ein. Zack und runter damit. Was es Neues geben würde. Außer das der Russe Ärger macht und uns wegschieben will. In kurzen, knappen Sätzen kriege ich zu wissen das die Ausfälle recht hoch waren in den letzten 14 Tagen. Der Russe wirft Unmengen an Panzern und Flugzeuge gegen unseren Frontabschnitt. Die haben jetzt kurze Wege, wir nicht. Das klingt alles nicht gut. Ich soll warten bis mein Zugführer wieder da ist. Dann weiß ich was mit mir passieren soll. Bis dahin gibt es noch einen Schnaps. Das hilft schonmal. Kurze Zeit später kommt der Zugführer rein und begrüßt mich herzlich. Mit einem ernsten Gesicht sagt er mir. Da ist er wieder und nun verheiratet. Schlimmer kann es ja nicht werden. Wir brauchen Kommandanten. Sieht es aus. Mit einem lächeln sage ich. Kann losgehen Herr Hauptmann. Sieht es aus. Mit einem lächeln also? Entschvaluation ist ja nicht.. Within den Boden. Segen sch ciert und Uno bekommen, die das wäre aber wirklich. Vielen Dank.